Am Freitag ist es endlich soweit. Der Windsurf World Cup wird zum 30. Mal auf Sylt ausgetragen. Der zweifache Wave-Riding-Weltmeister Philipp Köster aus Hamburg kann dieses Mal seinen Titel allerdings noch nicht endgültig verteidigen. Wir haben leider von der PWA, das ist der Dachverband der Windsurfer auf der Welt, erfahren, dass sie einen weiteren Tourstop der Tour hinzugefügt haben auf Maui. Das wird das große Saisonfinale im Dezember werden. Das bedeutet für uns natürlich, er kann nicht vorzeitig Weltmeister werden, weil dafür gibt es dann noch zu viele Punkte zu vergeben. Das ist schade, aber das ist nicht schlimm, weil 30 Jahre Windsurf World Cup Sylt, wenn er sich hier den Sieg holt, glaube ich, ist das für die Fans immer noch toll. In den Kategorien Freestyle und Slalom werden die Weltmeistertitel aber wie geplant ausgetragen. Das Spektakel lockt dabei nicht nur Sportfans. Über 200.000 Zuschauer kommen mittlerweile an den Brandenburger Strand, wenn die besten Windsurfer der Welt aufeinandertreffen. Das liegt auch daran, dass die Westerländer Promenade in eine kulinarische Partymeile umgewandelt wird. Die Veranstaltung findet bis Montag, den 7. Oktober statt.